Hi Peter, mit dieser Postkarte möchte ich dich an die schöne gemeinsame Zeit in Berlin erinnern. Besonders an die schönen Abende mit der Gitarre am Lagerfeuer. Bis zum nächsten Mal. Franzi Hi Peter, es ist drei Jahre lang schon, dass du Cameroune mit mir kennengelernt hast. Ich bin sicher, dass du dich glücklichst zu sehen, wie die Gitarre von dieser Karte ist. Do you remember when we played baseball in the sun? It was such a great time. Hallo Peter, ich bin ein bisschen vor dem Fuzi-Yama. Ich bin ein schönes Schwerf und kühle. Es ist ein wunderbarer Schwerf. Ich denke, es ist ein wunderbarer Schwerf. Ich denke, es ist ein wunderbarer Schwerf. Ich bin ein wunderbarer Schwerf. Hallo, Peter! Wenn ich auf unsere Parkett-Gastinne sehe, dann jedes Mal auf meinem Gesicht schnappt. Da sind unsere Tänzer-Klöse, und mit ihnen herzellte und herzellte und herzellte. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020